Fischtennis, Table Tennis, 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 Regional, Regenstoff, Zubest, Innefeldrich, Ascarali, Feldrich schlägt auf, liegt zwei ins Händen, die ersten zwei Sätze eigentlich relativ chancenlos, dann ein 11 zu 1 im dritten. Da ging mal gar nichts für Sinnkugel, jetzt führt er wieder leicht. 7-7. Wir haben der viel Aufschlag monatlich. Zu uns halt. Netzaufschlag. Im Hintergrund des Spitzenspieles. Und hier sieht es aus nach 2-2. 2-2. 2-2. Und das war nicht. Nur kann ich. Genau so, an und bei hat er uns der Will bei 9 zu 10 verschlagen. Jetzt waren sie traf, zwei Mal hintereinander, 11 zu 9, 2 zu 2 in Schätzen, Martin Jesloski, Walloch, 1 zu 1, dritter Satz. Was dieses kleine Energie, die da alles rauszirkelnd auf den Tisch trischt. Unglaublich. Ich weiß nicht, das ist der Schert, viert Jesloski, 2 zu 1. Kleine Scherzeinlage zwischendurch. Also man hat noch Spaß, obwohl man 7 mal 10 nimmt. Das Lockspiel ist gut bei Asgerali. Der Druck nach vorne, etwas zu weich, aber das muss man relativ sehen. Das ist natürlich schon hochklassig, aber wenn man die Bälle von Guhmann sieht, von Zaus sieht, von Dratasepp sieht, von Jesloski sieht, die schlagen schon anders ein. Als diese halben Topspin-Schüsse. Diesmal haben sie keine Schläge getauscht, Walloch und Simkule. Auf der Seite. Außer im ersten Satz, glaube ich, nur einen Punkt verloren. 6-0, schaut wie das. Das wäre also der achte Punkt, das haben Sie sichergestellt. Womit sich die Eiffelbücher nicht zufrieden geben werden. So viel ist klar. Er zappelt noch. Ich schlage die Eiffelbücher nicht zufrieden. Ich schlage die Eiffelbücher ein. Und der Coach geht auf, nochmal sicher. Ich werde nichts anbrennen lassen. Womit sich die Eiffelbücher nicht zufrieden. Und die Eiffelbücher spielt die Eiffelbücher, Friedrich Gerber-Dau. Vor 20 Jahren hätte das noch angenommen gewesen. Womit sich die Eiffelbücher nicht zufrieden. Hoffen wir, die Eiffelbücher nicht zufrieden. Alles richtig gemacht. Applaus Nach einem eigentlich scheinlichen Spiel zu zweitestand. Zelt Pascarali für das Spiel. Gleichzeitig gewinnt sie Martin Aslechte gegen den Seher. Und damit Endstand nicht 7 zu 1, sondern 9 zu 1 gewinnt die Eiffelbücher-Vereinigung. Der Feldrich, Oberfranken, Tabellenführer der Regionalliga. Das Match gegen die ersatzgeschwächten Regenstaufer. Unterwegs mit Walo, Liebchen, Sünkhule, Berger, Manuel Hoffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017